Ich bin Frau Ludwigs, ich bin SV-Verbindungslehrerin und bin bei den Projekttagen vornehmlich für die Koordination zuständig. Projekttage sind natürlich für die meisten Schüler immer ein Highlight, hat ja auch schon eine große Tradition bei uns hier am Grupp alle zwei Jahre. Und diesmal ging es wirklich darum, auch Dinge außerhalb von Schule kennenzulernen. Also was ist denn eigentlich nach dem Abitur, wirklich dieser Blick in die Zukunft, tolle spannende Projekte, die über Zukunft außerhalb von Schule gehen. Ja, wir haben ja erstmal überhaupt das Ganze drumherum geplant und überhaupt die Projekte uns ausgedacht. Ja, dann haben wir das an die Lehrer übergeben und wir an den Projekttagen müssen jetzt wirklich nur die Cafeteria leiten, Waffeln machen und das Catering. Ja, am Anfang war es ein bisschen stressig, aber zum Ende hat sich das ja wieder eingespielt. Dann hatten wir die ganzen Geräte angeschlossen und dann ging es eigentlich, ne? Ja, ich glaube auch. Es sind eigentlich alle satt geworden, die sich so angestellt haben. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch.